Hallo ihr Lieben, heute schauen wir uns das Spiel Here to Slay an. Ich freue mich total, dass ich euch bei diesem neuen Format begrüßen darf. Und zwar habe ich mich entschlossen, für Big Panda V ein paar Spiele zu testen. Und dafür habe ich eine relativ große Spielegruppe, die sich monatlich trifft. Und dort verschiedenste Gesellschaftsspiele spielt, oft auch kompetitiv, also gegeneinander. Und wir werden das jetzt mal in eine Reihe fassen, dass wir uns öfter hier sehen und ich werde euch berichten. Dafür werde ich die Spiele tatsächlich einmal präsentieren, um was es sich hier handelt. Grob die Regeln erklären, jetzt nicht en detail, aber grob einmal euch sagen, was kann dieses Spiel, was macht dieses Spiel. Und dann nehme ich das Spiel und ziehe damit in die Spielegruppe, teste das paar Mal durch und melde mich dann anschließend wieder mit einem Fazit zu diesem Spiel. Wir sind alles keine Profis, wenn es darüber Profis gibt, aber wir sind ganz normale Brettspieler, Gesellschaftsspieler, die sich regelmäßig treffen. Und aus dieser Sicht heraus gibt es auch ein Feedback und ich hoffe, euch gefällt es. Wir fangen dann an mit Here to Slay. Und das stelle ich euch jetzt gleich mal vor. Ja, dann schauen wir uns mal den Inhalt so ein bisschen an. Ich habe das jetzt mal aufgemacht. Ich werde das auch noch mal hier ordentlich einblenden, dass ihr das noch mal in einer richtig guten Qualität habt. Das hier sind die Spielerkarten oder einige Auswahlen davon. Das repräsentiert sozusagen uns. Wir sind einer dieser Fantasy oder mystischen Kreaturen. Entweder sind wir das schützende Horn, der göttliche Pfeil, die Faust der Vernunft und die allsehende Weisheit. Oder es gibt halt ganz viele, zwei gibt es noch, bis zu sechs Spielern. Das heißt, sechs von diesen Anführerkarten habe ich hier drinne. Und ich habe viele, viele Monsterkarten, die auch ziemlich, also diesen ziemlich coolen Look haben. Finde ich jetzt, ja, riesiger Rex, ein T-Rex. Ja, genau. So, und wir haben aber auch diese Spielhilfen, das jetzt bei den, ich würde sagen, neuen Spielen halt immer so dabei ist. Wir haben halt so die Siegesbedingungen und wie so ein Spiel abläuft einmal, ja, aufgelistet. Dass wir, ja, da während des Spiels auch immer auf Zugriff haben. Und das ist bei diesem Spiel tatsächlich auch, glaube ich, gar nicht so, ja, verschwendet. Denn ich glaube, das ist ein relativ komplexes Spiel, was Spaß bringen kann. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man solche Spielhilfen hat. Und dann haben wir wirklich viele, viele, das ist jetzt ein von mehreren Stapel von so Event- und Modifikationskarten. Aber da komme ich gleich zu, wenn ich euch so ein bisschen die Regeln erkläre. Die sind auch in der guten Karten, also ich würde sagen, so in der Magic-The-Gathering-Qualität. Das ist nicht dünn, das ist ordentlich dick. Damit kann man spielen. Die Karten, die größeren Karten sind übrigens auch aus diesem Material. Total klasse. Fühlt sich alles sehr, sehr schön an, so vom Handling. Und ich würde sagen, wir fangen damit an, uns einmal die Rückseite des Paketes einmal hier vorzulesen, was sagt der Spielehersteller, bekommen wir für unser schmales Geld. Here to Slay schaffst du es, die Monster zu bezwingen. Here to Slay ist ein taktisches Kartenspiel im Fantasy-Rollenspiel-Setting von den Machern von Unstable Unicorns. Stelle deine eigene Gruppe aus Helden zusammen. Bezwinge bedrohliche Monster und sabotiere deine Freunde, dann ist das Freunde durchgestrichen, äh Feinde. Stürze dich in ein temporeiches Abenteuer mit niedlichen wie auch tödlichen Charakteren. Das klingt ja erstmal vielversprechend. Inhalt sind 115 normalgroße Karten, 6 übergroße Anführerkarten, 15 übergroße Monsterkarten, 6 Spielhilfen, 2 6-seitige Würfel und eine Spielanleitung. Ja, dann möchte ich einmal mit euch, ja, so ein bisschen das Spiel durchgehen, ganz grob umrissen, was dieses Spiel kann, wie dieses Spiel funktioniert. Ähm, es ist tatsächlich, ähm, aus meiner Sicht ein Kartenspiel mit Rollenspielelementen. Und, ähm, es ist kompetitiv, also gegeneinander spielt man es. Und, ja, genau. Ziel des Spieles, es gibt zwei Siegesbedingungen, die man erfüllen kann. Eine davon reicht, um das Spiel zu gewinnen. Die erste Siegesbedingung ist, ich besiege drei Monster in dem Spiel. Die zweite Siegesbedingung ist, ich stelle mir eine Abenteurergruppe zusammen, die alle verfügbaren Klassen, die es in diesem Spiel gibt, ähm, beinhalte. Das wäre der Kämpfer, der Bade, der Wächter, der Waldläufer, der Dieb und der Magier. Ähm, genau. Das sind sozusagen die beiden Siegesbedingungen, die es gibt. Ähm, das Spiel ist rundenbasierend. Das heißt, ein Spieler oder eine Spielerin fängt an und hat dann, ja, mehrere Aktionspunkte, die sie aus- oder die er ausgeben kann, ähm, in seiner Runde. Ein Aktionspunkt, um eine Karte auszuspielen oder zwei Aktionspunkte, um Monster anzugreifen und so weiter und so fort. Genau, ähm, das funktioniert dann so, dass immer auf diesem, äh, auf der Oberfläche drei Monster ausliegen. Die sind aus, äh, war also random aus diesem Kartenstapel gezogen und liegen dann aus und dann können die, jeder, der dran ist, dann versuchen, entweder einen Monster zu töten oder seine Aktionspunkte zu nutzen, um vielleicht einen Gefährten auszuspielen, mehrere Gefährten auszuspielen und so weiter. Oder halt auch Aktionskarten zu spielen. Ich kann auch intervenieren, kann andere Spieler schaden, ich kann angreifen, mich kann seine Helden, ähm, besiegen, übernehmen und solche Dinge. Das kann ich halt auch mit diesen Aktionspunkten machen. Genau, Monster töten ist relativ einfach. Ähm, wir nehmen uns zum Beispiel diese dunkle Drachenkönigin, die ich hier gerade in der Hand habe. Und da seht ihr schon, ähm, auf eine Acht oder mehr, dieser grüne Punkt da unten, ja, da, der sagt uns, wenn ich mit zwei Würfeln ein Acht oder mehr schaffe, bezwinge ich das Monster. Wenn ich drei Monster insgesamt besiegt habe, dann, ähm, habe ich das Spiel gesagt, wir gewonnen. Ähm, da gibt es unterschiedliche starke Monster, zum Beispiel hier, der hier, das ist ein anderer. Ähm, die Blutschwing, die wird bei neun oder mehr bezwungen. Genau, und ich kann nicht einfach sagen, hey, ich greife den jetzt an und würfel auf neun plus, sondern ich muss immer noch eine, ähm, ja, eine, eine, es gibt Voraussetzungen, um Monster angreifen zu können. Zum Beispiel bedarf es für dieses Monster, das ich euch gerade gezeigt habe, zwei Helden. Das steht hier da oben, das ist 2H, das heißt zwei beliebige Helden. Aber es gibt auch Monster, die wirklich auch, ähm, ja, Voraussetzungen haben, wie zum Beispiel dieser, der braucht einen Helden, wahlweise, aber auch mindestens einen Kämpfer noch. Das heißt, den kann ich erst besiegen, wenn ich einen Kämpfer in meiner Heldengruppe habe. Und so weiter, also so funktioniert das. Ähm, tatsächlich ist er auch immer so ein roter Wert, wenn ich es schaffe, besonders schlecht zu würfeln, zum Beispiel bei der dunklen Königin, bei vier oder weniger, muss ich zwei Karten aus meiner Hand abwerfen. Das heißt, es ist auch immer so ein bisschen ein Glücksspiel, ob ich dieses Monster töte oder nicht. Ähm, kann das modifizieren mit so Ereigniskarten oder mit Plus- und Minuskarten. Ähm, und jetzt wird es spannend, meine Gegner können das auch. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich treffe dieses Monster auf eine 8+, töte ich das. Und lege eine Karte, dass ich sage, ich treffe um 1 besser, dann bräuchte ich nur noch eine 7. Dann können aber zwei meiner Gegner sagen, ja, wir werfen hier mal beide eine Minus-1-Karte rein und dann treffe ich es auf einmal nur bei einer 9. Das heißt, es ist sowohl, kann ich einfach diese Monster farmen und töten oder meine Gruppe vergrößern, aber sobald einer in der Gruppe, ähm, wahrscheinlich stärker wird und mehr Monster hat, dann werden die anderen die ganze Zeit intervenieren und, ähm, ja, dafür sorgen, dass er die nächsten Schritte nicht so gut kappt. Also man sabotiert sich dann auch gegenseitig. Ja, das ist eigentlich das Spiel, ähm, wir gehen rundum und, ähm, versuchen diese Monster zu töten oder unsere Abenteuergruppe zu machen und unsere Gegner versuchen das Gleiche und, ähm, ja, parallel können sie uns auch noch sabotieren. Klingt jetzt erstmal einfach. Ähm, genau. So viel nehme ich jetzt erstmal mit. Das ist das, was das Spiel ausmacht. Das ist das, was, ähm, das Spiel ist. Und ich werde dann, ähm, ja, heute, nee, morgen mal losziehen und, äh, in einer Gruppe das Spiel ausprobieren und melde mich dann, ja, übermorgen wieder und, ähm, sag euch unser Feedback von diesem Spiel. Hallihallo, ich melde mich zurück, ähm, tatsächlich nicht versprochen einen Tag später, sondern wirklich, äh, eine ganze Zeit später, aber es tut ganz gut, ähm, ähm, denn ich habe so die Chance gehabt, nochmal eine zweite Runde mit dem Spiel zu machen und, ähm, euch auch nochmal eine andere Perspektive zu geben, was, äh, tatsächlich dem Spiel ganz gut tut. Ja, der erste Abend, da haben wir mit sechs Spielerinnen gespielt und, ähm, ja, muss sagen, ähm, es hat erstmal verdammt lange gedauert, bis die alle die Regeln so grob drauf hatten, ähm, hat mich ein bisschen, ähm, erstaunt, weil wir doch eigentlich eine Gruppe sind, die wirklich sehr, sehr regelmäßig Gesellschaftsspiele spielt, aber so dieser rollenspielerische Charakter, der war, ist dann nicht so geläufig gewesen und es war, ja, es war, also, einige hatten wirklich Probleme auch so das zu verstehen, was passiert jetzt, wie mache ich das jetzt, ähm, und, äh, das, äh, ja, aber ob es jetzt an den Spielern lag oder quasi an dem Spielregelsetting, ich hatte jetzt nicht so das Problem, schneller reinzukommen, aber ich hatte mich im, ja, im Vorwege auch schon darauf vorbereitet und, ähm, ja, die meisten Spieler haben das dann doch schnell hingekriegt, ähm, trotzdem gab es da immer mal wieder wilde Fragen. Das Spiel an sich war, ähm, auch sehr lange, ähm, tatsächlich, ähm, hat man sehr, sehr große Downtimes, denn ich mache meine Handlung und dann, ähm, habe ich doch nur eine relativ begrenzte Anzahl von, ähm, Aktionskarten auf der Hand, die ich, wenn sechs Leute da oder fünf weitere Spielerinnen da sind, ähm, zur Verfügung habe und ich habe eine sehr, sehr lange Zeit, wo ich einfach nichts mache. Wenn ich zum Beispiel keine Intervenierungskarte auf der Hand habe, dann warte ich einfach ab, bis fünf andere Spieler ihren Spielzug gemacht haben, ohne dass ich da irgendwie einen Einfluss drauf hätte, ähm, und warte einfach. Und wenn man dann auch noch so ein bisschen in einer geselligeren Runde ist und auch noch mal ein bisschen hier spricht und da spricht, dann dauert so ein Spielzug halt seine, ja, zehn Minuten vielleicht. Also wirklich, kann schon echt lange dauern. Und man sitzt einfach zehn Minuten rum, handelt und handelt dann eine Minute und dann ist man wieder nicht am Zuge und die anderen handeln alle. Und, äh, also das hat wirklich, ähm, ist uns allen so ein bisschen aufgefallen, in dieser großen Gruppe, ähm, man nimmt wenig am Spielgeschehen teil. Ähm, das zweite, ähm, Problem, was dieses Spiel gezeigt hat, war, es ist so komplex in seiner Möglichkeit oder in seinen, in seinen Karten, dass man natürlich, wenn man das Spiel das erste Mal spielt, überhaupt gar nicht ansatzweise erahnen kann, was für Ereigniskarten kriegt man denn auf die Hand. Das bedeutet, ähm, da sind Fähigkeiten, Skills, ähm, Modifikationen, Charaktere. Jeder, jeder, jeder Charakter, den man ausspielt für seine Gruppe, hat noch irgendwie eine Sonderregel. Und die dann zu lesen, also ich kriege die auf die Hand, dann lese ich diese Sonderregel durch. Dann muss ich, ah, was, wie, ähm, funktioniert diese Sonderregel eigentlich? Wie klickt die eigentlich mit anderen Sonderregeln? Was kann ich kombinieren? Wie wirkt sich das auf? Welche Sonderregel ist eigentlich wichtig für mich? Welche hat einen riesigen Einfluss? Ähm, das ist einem natürlich bei den ersten Spielen überhaupt gar nicht bewusst und führt dazu, dass man, oder dass Leute, die sich nicht so mit diesem rollenspielerischen Charakter auseinandergesetzt haben, schnell an dem Punkt kommen, dass sie überfordert sind. Dass sie sagen, hey, ja, okay, was bringt mir jetzt eigentlich plus eins auf alle Monster-Kills? So, ja, okay, weiß ich schon, aber ist das jetzt eher eine starke Karte? Möchte ich die kontern als Gegner? Oder ist das eher eine Karte, die sowieso hundertmal vorkommt und die jetzt gar nicht bringt, gekontert zu werden? Also, das war so ein bisschen das Feedback, was ich bekommen habe, dass sie einfach überfordert waren, dass sie sagen, ja, jetzt habe ich hier drei Karten, ich weiß jetzt gar nicht, ob die gut oder schlecht sind. Und da diese Kartenmenge, wir haben ja über 100 Karten, einfach so groß ist, dass mir einfach, es fehlt einfach der Überblick. Das war so ein Kritikpunkt, die lange Downtime und das sehr, sehr unübersichtliche, ja, das ist zu viel, das ist einfach zu viel für so eine Einsteigergruppe gewesen. Genau, ansonsten trotzdem ein sehr, sehr spaßiges Spiel, unglaublich tolle Artworks, unglaublich vielseitiges Spiel, also man kann echt viel damit machen, das ist uns auf jeden Fall aufgefallen. Das hat Spaß gemacht, trotz dieser beiden Negativpunkte, die uns direkt, das hat wirklich so ein bisschen vorgeherrscht, also wir haben mehrere Spiele auch an diesem Abend gemacht, nicht nur das Spiel, sondern auch andere Gesellschaftsspiele, aber das war sozusagen, weil ich um mein Feedback gebeten habe, tatsächlich auch das, was aufgefallen ist, das was, wo die gesagt haben, das stört uns tatsächlich. Hatten dann aber tatsächlich gleich auch die Überlegung mitgenommen, dass es vielleicht an der Spielgröße liegt, dass sechs Spieler tatsächlich nicht die optimale Größe für das Spiel sind. Und jetzt komme ich zu dem, warum ich sage, es tat dem Spiel ganz gut, in der zweiten Gruppe, in der ich, oder den zweiten Spielerabend, da waren wir nur vier Spielerinnen und da konnten wir tatsächlich das Spiel auf eine ganz andere Weise kennen. Die Downtime sind dann mal eben kurz um 33 Prozent reduziert, man ist viel aktiver am Geschehen, davon, von diesen vier Spielern waren ich und zwei, die das Spiel schon vorher in der Gruppe gespielt haben und eine neue Spielerin. Und da war es dann so, dass wir die Karten schon grob kannten, wir wussten, was werden wohl gute Kombos sein, was ist wichtig, was ist dem anderen zu denyen, also zu untersagen, zu machen, also was hindere ich dem anderen, wo interveniere ich besser rein. Das Spiel wurde viel schneller, man kommt häufiger dran, man ist aktiver, man spart sich seine Modifikationskarten auch einfach nicht auf, weil man ja nur drei Gegner hat anstatt fünf Gegner. Da war das schon echt flüssiger, man brauchte nicht mehr diese Erklärung. Also das ist die zweite, dritte Runde, war schon deutlich schneller und schöner gespielt und hat auch wirklich viel, viel taktische Tiefe gehabt. Also das Spiel hat, wenn man die Regeln neulich erklärt hat, ja nicht wirklich viel, so erstmal zum Erzählen, aber es hat durch diese wirklich unglaublich vielen variablen Möglichkeiten eine Tiefe, die ich so selten bei einem anderen Spiel erlebt habe. Es muss natürlich auch jedem gefallen, diese Tiefe. Es gibt halt auch in dieser kleineren Gruppe, wurde geäußert, dass es immer noch too deep ist, dass man einfach für so ein Gesellschaftsspiel, mit dem ich mich jetzt nicht vielleicht wie mit einem Tabletop oder mit einem Spiel, wo ich wirklich viel Energie, oder es oft spiele, vielleicht jede Woche oder jeden Monat einmal über Jahre, dass ich wirklich dieses Spiel in- und auswendig kenne, ist das Spiel auch immer noch zu komplex. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich das Spiel jetzt regelmäßig spielen würde, vielleicht wirklich einmal im Monat, immer wieder und dann am Ende mit einer Gruppe, die zusammenbleibt und wo man wirklich, jeder kennt die Karten, jeder weiß, was geht. Ich glaube, da kann dieses Spiel unglaublich gut funktionieren. Wirklich ein sehr, sehr funktionierendes Spiel sein. Viel Spaß machen. Taktisch kann man sich auch die Wahrscheinlichkeiten mit diesen Modifikationen super zurechtlegen. Ich kann mir Kombos bauen, wo ich ganz gezielt Dinge mache. Ich kann Gegner übernehmen, also überreden, dass wir in mein Team kommen. Ich kann auswechseln, ich kann töten, ich kann alles Mögliche machen. Also man kann wirklich viel machen und das hat, mir würde das Spiel, wenn ich so eine Gruppe finde, was ich nicht glaube, aber wenn ich eine Gruppe hätte, mit der ich wirklich regelmäßig dieses Spiel spielen würde, glaube ich, könnte es eins meiner Lieblingsspiele werden, weil es wirklich negativ ist und auch einfach zu schnell zu spielen ist. Man legt das aus, das Spiel ist an sich ganz schnell aufgebaut und schnell gemacht, kein großes Feld aufbauen mit tausend Sachen, sondern einfach ein Kartenspiel, was unglaublich viel Tiefe hat und super funktionieren kann. Aber wie gesagt, auch eine Komplexität, nicht in der Spielmechanik selber, sondern in dem, was die Karten können hat, dass es vielleicht für Einsteiger erstmal frustrierend sein kann und man wirklich den Willen haben muss, sich da reinzuarbeiten, um ein sehr, sehr gutes Spiel zu bekommen. Das ist alles aber, wie gesagt, nur meine eigene Erfahrung und Meinung der Spielgruppe. Vielleicht seht ihr das ja ganz anders. Vielleicht habt ihr dieses Spiel schon mal gespielt und seid total begeistert. Bin ich ja auch, muss ich ja sagen, ich bin begeistert persönlich von diesem Spiel. Aber wenn ihr sagt, der redet da total was anderes, als das, was wir empfunden haben oder in unserer Gruppe hat das sofort funktioniert und jedem war klar, wie das funktioniert, welche Kombos gut sind, das ist ja ganz selbstverständlich. Dann ist es, wie gesagt, nur meine eigene Meinung jetzt hier gerade. und schreibt es doch gerne unten in die Kommis. Super wichtig, gerade auch für mich noch mal zum Reflektieren, wenn ich mir das anschauen will, was sind eure Meinungen? Vielleicht habt ihr gleiche Erfahrungen gemacht. Dann schreibt das gerne darunter, denn so kann ich mir das auch noch mal anschauen, ob ich mit meiner Erfahrung und meiner Meinung richtig oder falsch, kann ich ja gar nicht liegen. Aber dass ich ähnlich liege wie ihr und auch vielleicht für das nächste Video, dass ich mir Ideen von euch mitnehme, worauf ich noch darauf zu achten habe. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Ich weiß nicht, wann ihr euch das anschaut. Und bis zum nächsten Mal. Da wird es... Ah, ich weiß schon, welches Spiel ich da vorstellen werde. Bis dann. Ciao. Ciao.